Es war einmal, es ist noch immer, ein märchenhaftes Schneegestöber verzaubert jährlich die Ferienwelt Südschwarzwald zu einer prachtvoll glänzenden weißen Gestalt. Dort zieht man leise seine Kreise und genießt die Stille, grüßt den Wolf aus der Ferne, atmet die Idylle, denn der Schnee ist hier wie sehr langsamer Regen. Er entschleunigt die Zeit und das Erleben, er legt sich auf alles und hebt das Gemüt, bis sein winterlicher Glanz in Gänze erblüht. Und wenn die Tage sich neigen und von ihrer Dunkelheit sprechen, dann reicht meist ein Funkenschlag aus, um ihre Kälte zu brechen. So dass ein Feuer entfacht, welches wärmend hält, bis der Träumende erwacht und beseelt feststellt, dass, das war gar kein Traum, dass es wirklich war. Ich trage das Feuer im Herzen und den Schnee im Haar. Die Sonne sinkt und der Tag schien vielleicht hart, doch am Ende bleibt stets die letzte Talabfahrt. Ein letzter Sprung, mit sehr viel Geschick, aus der Hüfte, mit Schwung, der finale Trick entfacht seine Wirkung beim Alpenanblick und veredelt im Abendrot seine Ästhetik. Voller Vielfalt und Pracht, in jedem kleinsten Detail. Verspielt und schön, in jeder Jahreszeit, gibt es was zu erkunden und lasst uns ehrlich sein. Hier liegt der Schatz der wertvollen Stunden. Und dazu laden wir euch sehr herzlich ein. Herr, ich habe keinen Schatz der 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 Schatz des Schatz des Schatzes. Eine Schatz der Schatz der Schatz des Schatzes. Und danach gibt es ein Grund dafür, dass es so wieder etwas richtig ist.